Yes! Hallo! Schön, dass du es zu diesem Video geschafft hast. Du nimmst dir kurz diese 1, 2, 3 Minuten. Wir haben in den letzten Jahren einige Events besucht. Wir haben Ausbildung gemacht und einfach sehr viel Wissen angeeignet. Wir haben uns entschlossen, dass wir in den nächsten Jahren eigene Events machen werden. Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Ja, vor allem einfach auch Leute zusammenzubringen. Wir sind sicherlich auch in einem Chat oder irgendwo drin, wo ihr merkt, hey, dort ist sehr, sehr viel Harmonie, aber sehr viel auch Unterstützung, wo man sich gegenseitig hilft, wo man sich gegenseitig supportet. Und wir werden in den nächsten Jahren Events machen, kombiniert mit Musik, mit Bewegung, mit, ja, sicherlich auch Retreats, wo man sich connecten darf, wo man zusammenkommen darf, wo man neue Kontakte knüpfen darf. Wir haben in den letzten Jahren so gemerkt, dass Leute zusammengekommen sind, also eben Beziehungen, aber auch zusammengekommen sind, im Sinne von, sie haben neue Unternehmungen gegründet, sie haben verschiedene, ja, verschiedene Sachen ausgearbeitet oder auch neue Freundschaften gewonnen. Und das Leben ist so kurz. Also wenn man sich das mal überlegt, in den Kästen, in den Wochen, ist das Leben so kurz, es sind so wenige Wochenende. Und in diesen paar Wochen dürfen wir doch alles raus holen, was halt nur möglich ist. Also euer tiefster Herzenswunsch, eure tiefste Bewegung, wo euch eigentlich wirklich, wenn ihr nach 80 Jahren, als ihr da seid auf der Welt, ich hoffe, ihr werdet 80, zurückzuschauen und sagen, hey, wow, das habe ich wirklich gemacht. Und da wollen wir eigentlich helfen, also wir wollen inspirieren, wir wollen, wir wollen miteinander, uns, ja, unterstützen, um unsere Herzenswünsche, um eure Herzenswünsche, also deine Herzenswünsche, weiterzubringen. Und ich denke, es wird ein mega schönes Format, in dem wir miteinander wachsen, wo wir miteinander aufeinander schauen, voneinander lernen können. und ja, einfach zusammen mega, mega schöne Zeit haben. Der Start wird nächstes Jahr sein, im 2.24. Und ihr könnt euch mega, mega freuen auf, ja, einfach ganz viel Spass, ganz viele gute Leute, ganz viel Musik und einfach, ja, nur, nur gute Vibes. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Reise, ganz viel Liebe, bye, bye.